hey Leute heute ein neues Video mal wieder Fortnite seit Ewigkeiten weil es einfach nicht mehr so cool ist aber ich und Adrien da ist heute mit dabei er streamt gleich also wenn ihr das seht nicht mehr könnt ihr euch angucken heute wollen wir die Wüstenregion nicht verlassen also da wo überall Wüste ist da kann man ja abtauchen ich finde das irgendwie komisch ist weil aber ich heiße dort face-aces-32 und wir dachten also ja wir dachten uns einfach das ist cool weil wir halt so im Sand versinken können wenn du einfach lang genug auf einer Stelle bleibst ich komme ich kann es mit X ja du kannst mit X auch rausspringen das ist nice ach meine oh hier willst du saufpacks so oder hast du bist du schon in der Hand im Bus ne ich bin full oh was seh ich denn da naja dein Stream dein Nein, Stream nicht. Mein Video schon. Noch den Five-Head-Move. Boah, ich hau ab. Okay, ich hau ab. Du bist auf sich alleine gestellt. Ja, die gehen nicht auf mich. Ich schieße die gerade von hinten alle ab. Alles gut. Hast du sie alle? Mhm. Wollen? Was war das? Oh, geht noch. Geht noch bei mir? Was denn? Ein Like zu geben? Es ist mir? Ja, du sagst, ich habe hier noch alles richtig. Was? Hier ist die Tower. Oh. So, ich bin in der Stadt. Aber weiter kann ich nicht. Das ist kein Sand mehr. Kann ich kaputt machen? Cool. Okay. Oh, oh. Nicht mehr im Sand. Scheiße. Geht das hier auch? Auf der Straße? Nee. Oh, ich bin Level-Aufstieg. Ja, ich... Ich weiß nicht, ob ich hier brauche irgendwas bekommen. Oh. Was ist hier denn passiert? Hier wurde anscheinend wer gekillt. Oh. Oh. Und wo? Von da oben. Oh. Auf dem Haus? Ach, da. Nein. Okay, der kommt runtergefallen. Vorsicht. Oben. Oben ist ein Mate. Oh. Okay, Leute. Ihr seht schon. Das war schon... unser erster Angriff. Ich hab einen. Lars hat einen. Ja. Das haben wir uns ja gut aufgeteilt. Oh, scheiße. Die Zone ist jetzt schon außerhalb. Ja. Ich geh mal die beiden Richtung... Zone. So. Was machst du denn da? Ich chill hier. So, ich geh mir da Kache abholen? Oh, ein Boot. Und hier ist ein anderer Spieler in den Sandhaufen. Ich verfolg den mal. Ich... Ja, was... Ich geh mir schon dahin. Krass krass, soll ich kommen? Ich bin so verreckt. Ja, ich bin gleich tot. Wow, alter! Ja, komm, wir zu dir. Ich komm grad schon schnell. Ja, ich komm grad schon schnell, es geht. Ja, ich komm grad schon schnell, es geht. In der Sandstunde hier. Oh, ja. Ich geh mal, was ist denn so aus? Ja. Ja. Hat der grad noch mich geballert, oder was? Egal. Okay. Ich bin's nicht. Oder hat noch irgendwas Goldes? Ich bin's nicht. Hier ist noch Heal. Ich bin's nicht. Hier ist noch Heal. Woah. Wir haben mal nach Jahrzehnten einen Gegner gefunden. Hooh, nach Jahrzehnten. Wir haben grad schon Gegner gesehen. Als es sich nicht... Ah nein, schon. Ich bin gleich tot. Ich bin auch gleich tot. Drei HP, Drei HP. Scheiße. Scheiße, sind diese fetten auch bei mir. Ich renne genau in der Falle. Also ich bin in der Falle gerannt. Wow. Scheiße, Fallschaden. Hacke. Ich habe einen. Aber die ist direkt feilt. Aber ich habe keine Waffen. Oh, ist auch ein Gegner. Oh, zwei Gegner von mir. Also hab ich kommen. Okay. ok mit einer etage drüber ich komme auch hier rein ist der ganz oben? ich denke der ist ganz oben kein Plan ich glaube auch, es hört sich an Cut ich würde gar keinen Platz für die Zucht bauen hä, wo ist denn der jetzt? Er hat, äh, er ist ein Ninja oder so. Oh, die sind zwei. Wo? Die bauen sich hoch. Oh, ich komm schon. Ja, ich komm. Oh, ich komm schon. Jo, zwei, das sind zwei. Oh, da hab ich direkt gefinished. Ja, das sind zwei, ich hau ab. Alter, was geht mit denen? Ich muss verstecken. Okay. Super abgehauen, deinem. Abgehauen. Na gut, meine Karte liegt da jetzt auf mich. Aber egal, dass... Selbst wenn du mich nicht gerettet kriegst, das ist... Na, das geht nicht. Schade. Na gut. Warte mal, Leute, an der Stelle beende ich auch den Stream, da das jetzt hier, ähm... Ah, Digga, es kommt eh keiner rein, also, ähm, ja. Immer vergessen nicht, mich zu abonnieren, ein Like dazulassen, wenn ihr das noch später anklickt, vielleicht. Also dann, schau. Was? Krass, krass, krass. Okay. Leute. Oh, Leute, warte. So, ich komme. Ich komme hoch. Ich glaube, ich schaff's noch. Ach so, also, ich habe nur noch, ja, 30 Sekunden, das könntest du schaffen. Ja, ich habe aber keine Mets. Also, denke ich, schaffe ich es. Leute, jetzt wird's spannend.